So, die Vorrunde des BRCs ist vorbei, das heißt wir gehen jetzt gleich in die Zwischenrunde über. Allerdings gibt es jetzt erstmal die Ergebnisse, die werden jetzt gleich eingeblendet, am besten pausiert euch das, weil da wird nicht viel zugesagt, es wird einfach nur eingeblendet. Bewertungen und so weiter kann man dann auf der Webseite nachlesen, einfach in der Beschreibung gucken und dann auf Vorrunde und dann kann man einfach die Battles individuell anklicken und dann steht schon alles da. Jetzt werden erstmal die Ergebnisse eingeblendet. Und jetzt gibt es noch ein paar Informationen zur Zwischenrunde, also um 16 Uhr kommen die Paarungen, um 20 Uhr wird der Beatpicker freigeschaltet. Allerdings gibt es für die Zwischenrunde vier Leute, die ein Freilos erhalten, die sind dann automatisch schon im Achtelfinale, das heißt die haben jetzt zwei Wochen erstmal Pause, aber für alle anderen geht es weiter und da kommen dann eben, wie gesagt, um 16 Uhr die Paarungen. Die folgenden vier Leute haben ein Freilos, JKO, Isamaru, Flexmann und Johnny Tech und alle anderen machen eine Zwischenrunde. Ja, das wäre es für das Video. Ja, wie gesagt, 16 Uhr Paarungen und dann geht es auch direkt weiter. Bis später. Bis später. Bis später. Ja.